Das ist die Aufgabe der Führungskraft, so weit das Team und die Punkte, die anstehen, zu kennen, dass man weiß, wann ein 15-Minuten-Meeting angesetzt werden kann, wann wir ein 40-Minuten-Meeting brauchen und wann wir ein 90- bis 120-Minuten-Meeting brauchen. Weil, wie du selber gesagt hast am Anfang, wenn man das schön durchstrukturiert und eine Agenda hat und gut moderiert und hart an einem Thema arbeitet, dann kann man auch 60-Minuten-Meeting oder sogar eine Workshop-Reihe machen, wie du es als Beispiel gebracht hast. Dann können es sogar mehrere Tage sein und trotzdem würden alle das Meeting als produktiv bezeichnen. Also ich finde es auch sehr schwierig, da das so pauschal sagen zu wollen mit, ja, die Zeit ist eine gute Messlatte. Ist es eben nicht, sondern die einzige Messlatte muss sein, was möchte ich schaffen in der Zeit, die ich mit meinem Team verbringe. Und wenn das 20 Minuten sind, dann sind es 20 Minuten. Wenn es aber Dinge gibt, die länger Diskussionsbedarf haben, dann nehme ich mir halt auch die 60 Minuten. Und was ja auch unser Favorite-Tipp ist so bei der Vorbereitung von Besprechungen, ist halt tatsächlich, das Team einzubeziehen und vielleicht dem Team Vorbereitungsmöglichkeiten zu geben, weil ich als Führungskraft die Agenda schon vorgegeben habe und sage, die vier Punkte werden wir bearbeiten. Ich brauche von jedem die und die Inputs, damit wir da auch gleich ins Arbeiten kommen. Das heißt, das ist wieder so eine Agenda und eine Management-Geschichte, die jetzt keine großartigen Tipps bedarf, sondern das ist die Aufgabe der Führungskraft. Das muss man anleiten.